Heute ist Weltfrauentag. Was halten Sie denn davon? Ja, ich glaube, es ist durchaus eine wichtige Institution, weil es einfach ein Tag ist, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Heute ist Weltfrauentag. Was sagen Sie denn dazu? Ja, ich finde es grundsätzlich gut, dass es ihn gibt. Ich wusste bis heute nicht, dass er schon über 100 Jahre alt ist und dass er in Amerika angefangen hat. Dass es in Russland wohl üblich ist, den Frauen größere Blumensträuße zu schenken, wie so eine Art Zwischending zwischen Muttertag und Valentinstag, glaube ich. Und ja, ich erwarte das hier nicht. Ich finde aber total schön, dass es hier in Marburg geflaggt ist. Ich möchte gerne einen Weltmenschen-Tag. Einen Tag, an dem alle so akzeptiert werden, wie sie sind. Und das sollte jeder Tag im Jahr sein für dich. Das sollte ein Tag sein, wie jeder andere auch. Die Menschen sollen netter zueinander sein. Nicht nur an Weihnachten und heute. Die Menschen sollen mehr wahrnehmen, wenn er am meisten Verbundet ihr unterstützt, zeigen sich das so akzeptiert.